Wunderschön gelegen, direkt am Südufer des Neckars und inmitten eines Naturparks, findest du Fortuna Camping am Neckar. Nahe der idyllischen Ortschaft Binau, zwischen Heidelberg und Heilbronn, bieten wir unseren Gästen individuelle, persönliche und vor allem entspannende Urlaubserlebnisse. Mit eigenem Neckarufer, herrlichen Standplätzen und vielen kleinen, feinen Details, die den Urlaub bei uns so erholsam machen. Der majestätisch dahinfließende Neckar mit seiner seltenen Pflanzen- und Tierwelt strahlt eine Ruhe aus, die sich auf den ganzen Platz überträgt. Lass den Stress des Alltags hinter dir und genieße vier Sterne Urlaubskomfort auf unseren 135 großzügigen Standplätzen. Unser parkähnliches Gelände bietet viel Raum für Karawane, Wohnmobilisten und Zelturlauber. Und wer ohne eigenen Schlafplatz unterwegs ist, wird von unseren Schäferwagen aus Zirbenholz mehr als begeistert sein. Einzigartig am gesamten Neckar, nur auf Fortuna Camping am Neckar, findest du gleich drei Sanitärgebäude und fünf moderne Privatbäder. Freue dich auf das solarbeheizte Freibad, den spannenden Kinderspielplatz und Tischtennis mitten im Grün, auf einem Platz, der kaum Wünsche offen lässt. Auf das Naturerlebnis im Naturpark, auf eine Oase der Ruhe und Erholung. Unser Restaurant mit Biergarten und der kleine Supermarkt mit regionalen Produkten bieten für deinen Campingaufenthalt alles, was du brauchst. Die online bestellten Brötchen liefern wir ganz bequem am nächsten Morgen direkt an den Standplatz. Nutze unseren Online-Priority-Check-In, um ganz einfach bis um spätestens 22 Uhr automatisiert anreisen zu können. Die moderne Schrankenanlage mit Kennzeichenerkennung macht's möglich. Kaum gebucht, bist du Teil von Fortuna Camping. Teil eines Camping- und Erholungskonzeptes der allerfeinsten Art. Buche jetzt online deinen Lieblingsplatz. Wir sind Camping. Fortuna Camping am Neckar.